Ich finde, wenn man sich mal die Zeit nimmt und insbesondere zwischen den Generationen auch mal ein Gespräch macht und Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede erkennt, das ist von großem Wert. Und ich wünschte, wir hätten viel öfter Gelegenheit, solche Gespräche zu führen miteinander. Ich habe gemerkt, dass ich mit einer der Jüngsten in der Runde bin und ich glaube, es ist wichtig, dass alle Stimmen gehört werden von der ersten bis zur dritten Generation, die hier leben. Man sollte sich nicht nur auf eine Seite versteifen, sondern auch darauf, was gut gelaufen ist und inwiefern wir für die Zukunft besser arbeiten können. Wenn man die Geschichte nicht weiterverfolgt, die nachfolgende Generation wird das dann nach dem Motto für standardmäßig halten. Ja, ich bin hier geboren, aber wie das alles zustande gekommen ist, was die erste Generation alles dazu geleistet hat, das wird dann vergessen. Insbesondere ist es für mich wichtig, als Frau die Geschichte der Frauen in den Vordergrund zu stellen, weil wenn man von ArbeitsmigrantInnen spricht, dann spricht man meistens von Männern und das möchte ich nicht weiterhin so sehen und deshalb etwas dazu beitragen. Ich würde sagen, mit Deutschland verbinde ich insbesondere Berlin, Freundschaften und den Lebensmittelpunkt. Das ist die Vielfalt in der Welt, das ist die Vielfalt in der Welt. Die Vielfalt in der Welt ist kein Problem, sondern eher eine Chance für die ganze Gesellschaft darstellt. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, nicht auf Dauer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bleiben, sondern irgendwann mal Einheimische werden. Und die Zeit, die wir das anerkennen, nicht morgen sein soll, sondern heute. Die Frage, ob mich Deutschland was gelehrt hat, ist eine doofe Frage, weil Deutschland natürlich nicht eine Lehrerin ist oder ein Lehrer und ich nicht zum Lernen hier bin. Ich habe in Deutschland von vielen, vielen Leuten was gelernt und ich würde sagen, ich denke jetzt an ein paar konkrete Personen, ich habe gelernt, viel zu lachen und mir das nicht wegnehmen zu lassen. Ich nehme die Stärke mit, dazu zu stehen, wer ich bin. Auf der anderen Seite glücklich zu sein, glaube ich, glücklich zu sein mit der Vielfalt, die wir haben. Wenn ich die Zelte hier abbrechen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich nur ein paar Bücher und einen Computer mitnehmen oder so und alles andere hier lassen. Ich bin, ich habe keine ganz besonderen Bindungen an die Gegenstände sonst, die ich habe. Die Geschichte der Arbeitsmigration, die Menschen, die Rassismus und Fremdenhass Opfer gefallen sind, Erinnerungen, Hilfestellungen von Nachbarn, Erinnerungen, die sehr positiv sind und das Zusammenleben geprägt haben.